Dürfen korpulente Menschen Yoga üben? Ja, selbstverständlich. Yoga kann geübt werden von sehr dünnen und auch sehr dicken. Korpulent heißt ja, freundlich gesprochen, für leicht übergewichtig. Und sogar mein Meister selbst war korpulent, Samy Vishnadevananda, und er hat jeden Tag Yoga geübt. Auch der Meister meines Meisters, Samy Shivananda, war ziemlich korpulent und auch er hatte täglich Yoga geübt. Bevor du jetzt denkst, muss ich korpulent sein, im Yoga zu üben, andere, zum Beispiel ein Swami Chidananda oder ein Swami Nityananda, waren immer sehr dünn geblieben. Jeder Mensch kann Yoga üben, Übergewichtige, Untergewichtige, Normalgewichtige, Junge und Alte. Ein paar Tipps für Yoga für Korpulente. Korpulente können einfach im normalen Yoga-Kurs mitmachen. Es gibt zwar auch Yoga für Übergewichtige, Yoga für Korpulente oder Yoga XL, aber die wenigsten brauchen das. Du kannst einfach im normalen Kurs mitmachen. Gerade bei Yoga Vidya gehört ja auch dazu, dass jeder bei sich bleibt. Und so musst du dich gar nicht vergleichen mit anderer. Andere werden dich nicht so anschauen. Du machst einfach mit. Und so kannst du üben. Es gibt ein paar Dinge, die bei manchen Korpulenten eine Rolle spielen. Manchmal beim Sonnengruß. Jetzt gerade korpulente Männer werden vielleicht die Beine etwas auseinander machen, dass der Bauch dorthin geht. Manchmal wird man mit dem Kopfstand eher vorsichtig sein. Korpulente Menschen haben nämlich manchmal eher lange Wirbelsäule und relativ kurze Arme. Da ist es etwas schwieriger, hochzukommen. Und gerade Korpulente müssen ja umso mehr darauf achten, dass das volle Gewicht auf den Ellbogen ist. Aber heutzutage machen in einer normalen Yoga-Stunde sowieso nur weniger als die Hälfte den Kopfstand. Und dann machst du eben stattdessen den Hund- oder den Ellbogenstand. Und beim Schulterstand brauchst du manchmal etwas Schwung, um hineinzukommen. Oder die Hilfe des Yoga-Lehrers, der Yoga-Lehrerin. Viele Korpulente sind flexibler als Nicht-Korpulente. Und weil vom Ayurveda her sind Korpulente oft Kapha-Prinzip. Und Kapha sind etwas flexibler als zum Beispiel die Pitta-Typen. Und so die Vorwärtsbeuge und so weiter ist oft für korpulente Menschen etwas leichter. Und manchmal muss man bei Rückbeugen ein paar Dinge beachten, weil viele korpulente Menschen eben lange Wirbelsäule, kürzere Arme und Beine haben. Kommen sie vielleicht im Bogen nicht ganz an die Fußgelenke. Und dann geht man eben mit den Händen Richtung Fußgelenke und hebt so Füße und Arme hoch. Ist dann umso machtvoller, um die Rückenmuskeln zu stärken. Viele Korpulente werden beim Drehsitz den Drehsitz im Langsitz üben. Und alles andere geht ganz normal. Ein guter Yoga-Lehrer, gute Yoga-Lehrerin wird in einer guten Yoga-Stunde auf alle eingehen. Und da gibt es ja nicht nur Korpulente, sondern es gibt solche mit Rückenproblemen, solche mit Schultern- und Nackenproblemen, solche, die sportlich sind und gerne intensiv üben würden, solche, die sehr steif sind. Und so ist für jeden etwas. Und gute Yoga-Lehrer, gute Yoga-Lehrerinnen können in Anfängerkursen und Aufbaukursen mit allen dort gut arbeiten. Also keine Hemmungen, sondern mach einfach Yoga. Und wenn du Yoga-Lehrer bist und dich ein korpulenterer fragt, darf ich Yoga machen, sag selbstverständlich Ja. Und wenn du Yoga-Lehrer bist und dich ein Korpulente bist und dich ein Korpulente bist und dich ein Korpulente bist,